Grüne lehnen AKW-Betrieb weiter ab. Demonstranten dringen in Bundesfinanzministerium ein. Lauterbach gegen kostenlose Tests. Damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Montag, den 17. Oktober. Die Grünen lehnen im koalitionsinternen Atomstreit weitere Zugeständnisse an die FDP bei den Atomkraftwerke-Laufzeiten ab. Parteichefin Ricarda Lang wies im ZDF-Morgenmagazin darauf hin, dass die Grünen bereits einen Weiterbetrieb bis maximal zum 15. April 2023 für zwei Atomkraftwerke angeboten hätten. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hält die Unterstützung der ukrainischen Luftabwehr derzeit für wichtiger als die Lieferung deutscher Kampfpanzer. Wir haben gerade Anfang der Woche gesehen, wie wichtig die Luftverteidigung ist, sagte die Außenministerin dem Fernsehsender Pfönix. Klimaschutzdemonstranten sind am Montag in das Bundesfinanzministerium in Berlin eingedrungen und haben dort mit Plakaten und Sprechchören protestiert. Nach Angaben der Polizei standen und saßen sie im Eingangsbereich und auf einem Balkon des großen Gebäudes. Berlins Gesundheitssenatorin Ulrike Goethe wehrt sich gegen Kritik an ihrem Vorpreschen für eine verstärkte Maskenpflicht. Sie habe niemanden überrumpeln wollen, erklärte Goethe dem RBB. Aber die Dramatik der stark steigenden Infektionszahlen und belasteten Krankenhäusern habe sich am Mittwoch zugespitzt, sodass sie darauf reagiert hat. Jetzt stellt sich die Lage in Berlin früher so dar, dass wir in eine weitere Stufe gehen sollten und genau das will ich dem Senat empfehlen, sagte Goethe weiter. Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat zur Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs eine hälftige Kostenteilung zwischen Bund und Ländern vorgeschlagen. Bisher komme es bei der ÖPNV-Finanzierung immer wieder zu Konflikten, weil der Nahverkehr Ländersache sei, der Bund laut Verfassung aber einen Betrag aus Steuermillen zuschießen solle, sagte Wissing dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Trotz steigender Corona-Infektionszahlen soll es laut der Bundesregierung keine kostenlosen Bürgertests geben. Die im Sommer eingeführte Kostenbeteiligung von drei Euro pro Test müsse sein, sagte Gesundheitsminister Karl Lauterbach im ARD. Die Gratistests hätten den Staat zuletzt eine Milliarde Euro pro Monat gekostet. Das ist nicht durchzuhalten. Das ist es auch nicht wert ehrlich gesagt, sagte Lauterbach. Fast jeder zehnte Corona-Erkrankte erscheint laut der Betriebskrankenkasse Pronova BKK bei einem milden Verlauf trotz positiven Tests im Büro oder im Betrieb. 9% der Erkrankten gehen weiter zur Arbeit, 17% arbeiten von zu Hause aus, weitere 17% bleiben ein paar Tage zu Hause bis die schlimmsten Symptome vorüber sind, berichtet die Funke-Mediengruppe. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sieht die reale Gefahr, dass im Zuge der Energie- und Inflationskrise bald auch Krankenhäuser pleite gehen. Wenn wir da nicht schnell und auch wirklich drastisch reagieren, kommt es zu Schließungen, sagte der Bundesgesundheitsminister im ARD. Kassenärzte-Chef Andreas Gassen fordert einen kompletten Neustart bei der Digitalisierung der Arztpraxen. Weder die E-Patienten-Akte noch das E-Rezept funktionierten bisher, sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Bahnaufsichtsrat Stefan Gelbhaar fordert ein Ende der besonderen Vorkehrungen für Spitzenpolitiker und Prominente bei Bahnfahrten. Sondervorschriften für Prominente sind aus der Zeit gefallen. Das ist schlicht nicht vermittelbar, sagte der grünen Bundestagsabgeordnete dem Spiegel. Der Umsatz im Internetbuchhandel ist 2021 im zweiten Jahr in Folge deutlich gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, stieg der Umsatz im Onlinehandel mit Büchern gegenüber dem ersten Corona-Jahr 2020 um weitere 16 Prozent. Der Internetbuchhandel machte damit 2021 mit einem Umsatz in Höhe von 2,6 Milliarden Euro mehr als ein Viertel des Gesamtumsatzes der Buchbranche mit 9,6 Milliarden Euro aus. Trotz der schlechten Konjunktur in Deutschland ist die Zahl der Pleiten wieder stark gesunken. Im September gab es 20,6 Prozent weniger beantragte Regelinsolvenzen als im August, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. In jenem Monat hat es eine deutliche Steigerung zum Juli gegeben. Die Statistiker betonten aber, dass die Insolvenzanträge oft mit mehrmonatigem Zeitverzug in die Statistik einfließen. Jedoch rechnen Experten wegen der Wirtschaftskrise wieder mit mehr Insolvenzen. Die Pilotenvereinigung Cockpit hat erneut zu einem Streik bei der Lufthansa-Tochter Eurowings aufgerufen. Grund sei das unzureichende Angebot der Arbeitgeberseite zum Manteltarifvertrag, erklärte die Gewerkschaft. Von 400 geplanten Eurowings-Flügen konnten am Montag nur rund 230 abheben. Auch am Dienstag und Mittwoch ist mit erheblichen Ausfällen zu rechnen. Und nun zum Wetter. Die Nacht zum Dienstag wird bedeckt und trocken, bei Tiefstemperaturen von 15 Grad. Der Dienstag bringt bis zum Mittag leichten Regen mit, bei Temperaturen von bis zu 17 Grad. Das waren die TV Berlin Nachrichten für heute, wir wünschen Ihnen einen schönen Abend.